Kallitatives Engagement ist für Sie ein wichtiger und selbstverständlicher Beitrag für die Gesellschaft, der Freude macht, umzuleißen. So haben Sie das selbst einmal geschafft. Menschen wie Sie, liebe Frau Professor Korscher, sind der starke Fels, auf dem unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Noch während Ihres Studiums arbeiteten Sie als Moderatorin im Kinderfernsehen des ZEDEF. Sie entschieden sich jedoch zum Wechsel hinter die Kulissen und gingen kurze Zeit später als selbstständige Produzentin nach Berlin. Kurzer Dank kehrten Sie 1993 aber dann mit Ihrer Familie nach Berlin zurück. Im Herbst 2003 erschien Ihr erstes Buch mit dem Titel Kinder wollen Werte, einem Leitfaden für Eltern. Zwei Jahre später folgte Ihr Buch Fairytales, eine Retrospektive auf Fairytales und seine große Ideen. 2008 gründeten Sie die Sommerset-Filme- und Fernsehproduktion GmbH. Die unter Ihrer Ägide beispielsweise produzierte Krimiserie der Alte ist, denke ich, jedem von uns und fast allen in Deutschland einbegriffen. Das ist als solche Spannung, ich schaue es auch immer wieder gerne an. Aber es ist insofern, das ist das, was ich vorhin schon allgemein meinte, auch wichtig, dass in einer solchen Fernsehserie ein insgesamt positives und realistisches Bild der Polizeiarbeit verwendet wird. Dass auch Polizeibeamte mal Fehler machen, ist selbstverständlich wie überall im Leben und das kann auch dargestellt werden. Aber dass sie insgesamt gut und erfolgreich anbleiben, ist auch wichtig, dass das rüberkommt. Und ganz persönlich freue ich mich auch über manchen Krimi, die man einfach spannend anschauen kann, ohne dass drei Voraus der Krimizeit nur mit den psychischen Problemen der Polizeibeamten selbst zu betrachten werden. Auch solche Sendungen gibt es ja immer wieder. Die erfolgreiche Unternehmerin ist eine Seite an Ihnen, die helfende soziale Seite die andere. Vor allem der Kinderschutz liegt Ihnen am Herzen. Sie unterstützen verschiedenartige Vereine, die den Kinderschutz im Fokus haben. Einen gemeinnützigeren Vereinen verdienen Sie sich in herausragenderweise an der Schirrliste Münchner Blaulicht. Der Polizeiverein für Prävention und Bürgerbegegnungen. Sie waren 2010 nicht nur gründlos, sondern sind auch Vorstandspolitik. Ziel dieses Vereins ist es ja, durch Förderung der Präventionsarbeit und der Begegnungen zwischen Bürgerinnen und Polizei die Verantwortung für mehr Sicherheit zu wecken, diese dauerhaft zu unterstützen und die Rolle und Aufgabe der Polizei in Zeitengeschichte ein bisschen transparent zu machen. Die Intensivierung der Kriminalprävention, der Verkehrs- und Gewaltprävention sowie die Prävention im Internet stellen dabei ja die Schwerpunkte des Vereins dar. Liebe Frau Prof. Pausch, Sie beteiligten sich von Beginn an äußerst aktiv an der Vereinsarbeit und organisierten unermüdlich und äußerst engagiert verschiedenste Wohltätigkeitsveranstalterinnen und Sprechengelder zusammen. Sie kümmern sich zum Beispiel um fehlende Aufhalte von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen, die aus den Krisengebieten der Welt an München flüchteten. Gemeinsam mit Polizeibeamten sollen sie zum Teil stark traumatisierten jungen Menschen unbeschwerde Tagen genießen, dabei ihr traurige Schicksal vielleicht für einige Tage vergessen. Und neben Sport und Spiegel auch die Arbeit der Polizei und die Menschen hinter diesem Beruf kennenlernen und somit möglichst ohne Rösser von Mianos Vertrauen in die deutsche Polizei abführen. Liebe Susanne Forsche, durch Ihre charmante Grafmännigkeit, durch Ihre Gabe auch gewinnend auf Menschen zuzugehen und diese zum Gesprächsaustausch zu animieren, durch Ihre Selbstdisziplin und Ihren Idealismus sind Sie denke ich ein leuchtendes Vorbild. Ich danke Ihnen sehr für Ihr großartiges Engagement für so viele Menschen, auch für ein gutes Bild der Polizei in Bayern. Ich freue mich, dass ich Ihnen in den Sternenländen erreicht habe. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.